Wieder eine saubere Mission, Sir. Potenzielle Operation auf dem Bildschirm, sobald Sie bereit sind. Es ist eine neue Luftkampfmission verfügbar, Sir. Operation Spuren verwischen. Vesta 3 war nicht die einzige Minenkolonie, die von der Olympus getroffen wurde. Durch Kollateralschäden driftet jetzt ein riesiger Vorrat wertvoller Metalle bei der Sonne. Sie sind unser Eigentum. Die SDF schützt ein Bergungsteam mit Skelters. Steigen wir auf und holen wir sie uns zurück. So nah an der Sonne ist das ein Risiko. Unsere Jackals schaffen das bei der Hitze nur ein paar Minuten. Also schnell raus und wieder rein. In dem Kampf gibt es zwei Gegner. Die SDF und die Sonne. Wer schafft das schon? Sir, die Retribution bleibt zurück, um Hitzeschäden zu vermeiden. Die SDF wird sie also auf dem Radar haben. Verstanden. Wie ist das Zeitfenster? Minuten starten. Wir starten den Countdown, wenn Sie in Position sind. Das ist für Omar. Jawohl. Skar 1, der Tor weist auf extreme Hitze hin. Bereit, 1-1. Verstanden. Start in 3, 2, 1. Wir haben hier nicht viel Zeit. Jeder Schuss muss sitzen. Countdown beginnt jetzt, Sir. Augen auf, feindliches Gatter. Zeigen wir es eben. Feuer frei. Feindliche Scheiße. Eine Staffel voller Akkus. Erfasse 4. An 5-Fahrs-Internet. Es wird Schwerstarbeit. Auf die Uhr achten. Raketen abgefeuert. Sieb Gatter abschießen, Radar. Wir müssen uns um das abkümmern. Feindliche Scheiße. Wir müssen uns um das abkümmern. Feindliche Scheiße. Feindliche Scheiße. Feindliche Scheiße. Feindliche Scheiße. Feindliche Scheiße. Er schlägt Haken. Hilfen Sie weiter, Sir. Es ist noch Zeit. Sir, schießen Sie weiter auf Ihres Geld ab. Gegenmaßnahmen! Skelzahs ist noch im Gebiet. Das Absicht vergessen, klar. Skelzahs ist noch im Gebiet. Es geht an! Das Ass darf nicht entkommen! Er schlägt Haken! Einer ist erledigt! Er schlägt Haken! Das Ass nicht vergessen, klar! Klasse! Ziel 10 Uhr! Ich glaube nicht, dass das Ass erledigt ist! 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. Ich empfehle den Angriff der Feindskälter. Ziele auf 5 Uhr. Rakete abgefeuert. Sofort weg das Gas. Ziel auf 2 Uhr. Morgen nur noch einer. Ziel markiert. Raketen abgefeuert. 30 Sekunden. Sie müssen so schnell wie möglich da raus. 5 hast du erledigt. Ja, die sind mir überhaupt zu Aßen ernannt. Nicht beeindruckt? Kaul. Keine Pause. Da sind noch mehr Skälter. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Sir. Die Temperatur ist nicht gut. Wir müssen an sich, Trader. Er schlägt Haken. Das machen alle. Hitze erreicht politisches Niveau. Die zwei müssen da raus. Kommt fort. Skars sammeln und zurück. Schnell. Danke für die Hilfe, Aethem. Gut gesehen. Ich mache doch mal Arbeit, Sir. Oh. Schnell. Das war die Besten. Ich bin wohlgebe. Ich bin Gott. Ich bin wohlgebe. Ich bin wohlgebe. Kapitän, war hart da draußen. Gut, dass Sie es geschafft haben. Kapitän, war hart da draußen. Kapitän, war hart da draußen. Kapitän, war hart da draußen. Beatski, Plan. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020